Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part des Minecraft Let's Plays. Warum habe ich hier bücken? Nicht gut. Letztens haben wir hier noch die Decke ein bisschen reingezogen. Das machen wir heute mal fertig. Dass wirklich der komplette Rohbau steht. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Wir werden uns heute wahrscheinlich so noch um die Küche kümmern. Denke ich jetzt mal. Also mir fällt wieder spontan irgendwas ein, was wir noch zu erledigen müssen. Können auf jeden Fall dann, ja. Eigentlich müssten wir zuerst mal die Lampen machen. Ich weiß aber nicht, ob ich Closedone habe. Closedone Dust, den brauche ich nämlich normalerweise. Und genau, wir wollten uns noch die Zäune anschauen, beziehungsweise die Glasscheiben, ob sich die jetzt verbinden. Richtig oder nicht. Aber ich glaube fast, dass die wieder so komische Connected Textures haben. Die dann wieder ausschauen, als wenn sie keine Connected Textures hätten. Irgendwie ganz komisch. Aber ich zeige es euch gleich mal. Wenn es denn immer noch so ist. Aber ich gehe stark davon aus, weil ich jetzt auch kein Update für das Texture Pack gemacht habe. Beziehungsweise ich glaube auch keins draußen ist. Das könnte ich eigentlich mal wieder. Inventory Twix geht mir zur Zeit richtig auf den Sack. Ich sage es jetzt einfach mal so. Glasscheiben oder so gibt es mir nicht rein, sondern gibt mir immer nur das falsche Holz rein. Und sonst gar nichts. Jetzt könnten wir gerade schön hinkommen mit dem Holz. Ne, ich glaube nicht. Vor allem wenn die Glasscheiben nicht passen, dann brauchen wir noch einiges auch für die Zäune. Hinten müssen wir nämlich auch noch durch. Müssen wir auch noch die Decke rein machen. Aber ich glaube hier würde es sogar reichen. Hier reicht uns sogar das Sankura Holz. Aber jetzt gehen wir mal hier raus. Jetzt probieren wir das mal mit Glasscheiben. So. Auch mir genau noch sechs. Optimal. Jetzt kann ich euch das mal zeigen, was ich meine. Und zwar sind das Connected Texts schon. Nämlich hier, wie man hier sieht, der Block ist eigentlich so. So, die connecten sich jetzt irgendwie so, dass quasi nur immer ein halbes Glas da ist. Aber irgendwie sieht das bescheuert aus, finde ich. So, mir wird es besser gefallen, wenn das durchgehen wird. So will ich die da nicht haben. Darum werde ich jetzt das mit seinem Kura Holz machen. So, ich habe jetzt gerade nicht mehr Haupt. Jetzt brauche ich mich nur schnell mal hier aus. Okay, hier vielleicht nicht. Ich packe jetzt mal das Zeug hier rein. Was ich jetzt nicht brauche. So, und wo haben wir jetzt unsere Timber X hingepackt? Hier haben wir die Timber X hingepackt. Dann formen wir hier schnell mal ein bisschen Sankura Holz. Haben wir letztens noch angebaut. In schlauer Voraussicht. In weißer Voraussicht sagt man, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, in weißer Voraussicht. So. Schlagen wir jetzt einfach mal alle ab. Auch wenn wir wahrscheinlich so viel nicht brauchen. Alter. Jetzt haben wir wieder 100 Sätzlinge. 100.000 Sätzlinge. Also Holz haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Würde ich mal einfach so behaupten. Das ist halt quasi wie der Timber Mott eigentlich. Ähnlich. Hier die Lumber X. Bloß, ich weiß nicht, warum sie nicht einfach... Ja gut. Weil sie wahrscheinlich gedacht haben, dann soll man wenigstens ein bisschen was tun, damit man so eine Art Timber Mott hat. Denke ich jetzt mal. Dass sie deswegen nicht gleich Timber Mott draufgepackt haben. Wenn sie sich überhaupt was dabei gedacht haben. Wahrscheinlich haben sie sich gar nichts dabei gedacht. So, hier sind Kuda Sätzlinge. Über zwei Sticks. Okay, passen hier nicht mehr rein. Machen wir mal das Gehirn heraus. Können wir bestimmt hier irgendwo reinpacken. So, dann machen wir uns mal ein paar Zäune. Zack. So, schauen wir mal, wie weit wir mit den Zäunen kommen, die wir jetzt hier haben. Oder hier rausbekommen. Zwei Sticks Zäune. Sollte eigentlich ein bisschen reichen. So, hätte ich die jetzt quasi hier als Begrenzung reingesetzt. Hier nicht. Hier dann wieder einen rein. Hier hier. Hier vorne müssen wir dann auf jeden Fall noch aufschütten. Weiß nicht, ob ich das wieder off-screen machen werde. Oder wo ich euch da mitnehme. Hier muss nämlich auch einiges weggeputtelt werden. Ich glaube, das werde ich wieder off-screen machen. Weil das nicht so wirklich interessant ist. Hier zuzusehen, wie ich hier jetzt den ganzen Berg ab trage. Denke ich jetzt mal, ah, ihr wollt es unbedingt sehen. Aber das glaube ich nicht. So, dann oben noch. Dann wird es eh schon wieder nacht. Können wir gleich mal wieder schlafen gehen. Ich sehe, hier funktionieren Inventory Tweaks wieder nicht. Das ist echt zum... ...kotzen. So, hier noch. Hier noch, hier noch, hier. So. Dann dürften wir eigentlich auch die ganzen Zäune drinnen haben. Verdammt, jetzt habe ich keinen Sand Nell gemacht für das erste. Für das erste Let's Play. Weil ich jetzt quasi direkt hintereinander aufnehme. Und jetzt... Na gut, da muss ich die Zäune vorne eben nochmal wegschlagen. Das bekomme ich schon hin. Ähm. Wir haben keinen Timer. Fällt mir gerade auf. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich angefangen habe von der Uhrzeit her. Aber ich denke mal, wir haben jetzt gut 5 Minuten oder so. Jetzt ist es. Okay. So machen wir noch eine Viertelstunde sowas. Hier den Creeper. Alter, die zwei Creeper. Nein. Alter, ich muss jetzt hier unbedingt Klampen reinsetzen. Unbedingt. Das ganze Klasse. Moooo. Jetzt schau ich mal, wie schwer die vor... Wie schwer die gehen. Wie heißen die. Ach, die hier waren es nochmal. Da brauchen wir Grau und Klöstern. Ich wollte aber keine Grauen. Ich wollte Weiße. Brauchen wir wahrscheinlich White einfach. Nein. Das gibt's nicht. Wo kommen jetzt die ganz verdammten Creeper her? Alter. Könnte ich schon wieder austecken hier. Aber wir bleiben jetzt mal ganz ruhig und wir suchen jetzt weiter nach den White. Hier, hier sind wir richtig, genau. Okay, naja, ist einfach mit Weiß. Ansonsten, Klaus Panels und Redstone Torch. Okay, das sollte eigentlich möglich sein, wenn wir Klöstern haben. Aber ich weiß nicht, ob wir Klöstern haben. Ich glaube nicht, wir haben noch gar kein Klöster. Sieht... Ah, 25. Haben wir noch Knochenmehl? Entscheidet es nicht am Klöster, sondern am Knochenmehl. Okay, hier haben wir noch 40. Jetzt schauen wir, wie viele Lampen das wieder rausbekommen. Wahrscheinlich viel zu wenige. Haben wir noch Klausscheiben? Nee, wir haben gar kein Glas mehr. Das heißt, wir müssen jetzt gerade mal noch schnell ein bisschen Sand brennen. Ich habe noch hier irgendwo noch Sand. Und ein bisschen Glas machen. Wir packen jetzt gerade mal hier rein und das packen wir noch hier rein. Kohle packe ich jetzt auch einfach mal mit rein. Was brauchen wir noch? Redstone Torches. Ja, mir auf jeden Fall Holz habe ich eh genug dabei. Jetzt einfach mal das Sankura. Machen wir jetzt einfach mal so ein Stack Redstone Torch. Ja, jetzt müssen wir eigentlich hier nur noch warten, bis das Glas fertig ist. Derweil könnten wir unten mal das Loch auffüllen. Dass dieser wunderbare Creeper gesprengt hat. Ich glaube, wir lieben alle die Creeper in diesem Spiel. Haben wir hier irgendwo noch Erde? Ja, wir haben noch Erde. Okay, der Fall der Fehl wieder zugemacht. Dass man hier nicht unser schönes Fundament sieht. Hier war glaube ich auch zu. So, gut. Jetzt müssen wir eigentlich drinnen noch das Zeug reparieren. So, haben wir jetzt da. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ah, Marvel habe ich noch hier. Zack. Ich glaube, das ist wahr. Ich weiß nicht mehr, das ist wahr, aber ich glaube, das ist wahr so. So, wir brauchen. Hat jetzt tatsächlich gemeint, das ist schon wieder ein Creeper. Irgendwie werde ich jetzt schon paranoid. So, wir brauchen jetzt mal eine Chest, wo wir uns ausladen können. Mal jetzt Zeug reinpacken, was wir nicht mehr brauchen. Ich hoffe, ich packe auch eine Zeug rein, was wir nicht mehr brauchen. Das sollte eigentlich reichen. Zumindest für die Dinge, die wir haben. Okay, reicht nicht. Doch, reicht schon. Wow, wir haben gleich sechs Lampen. Richtig heftig. Oh, die verteilen wir jetzt gut. Einfach mal jetzt hier so ein bisschen reinsetzen. Was hier der Raum... Nein, das war nicht schlau. Das war gar nicht schlau. Das war die falsche Axt. Naja. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon mehr repariert, als wir in unserem anderen Haus überhaupt gebaut hatten. So. Ah, jetzt nehmen wir... Ich packe jetzt die gleich mal unten raus, sonst nehme ich die gleich wieder. So. Das sollte auch reichen. Und wir haben hier das ganze Zeug mit. Brauchen wir hier auf jeden Fall noch... ein Licht rein. Zack. Und hier hinten noch eins rein. So. Soll es jetzt eigentlich überall hell genug sein, glaube ich mal. Hier packen wir jetzt auch noch eins rein. Okay. Okay, die reichen uns niemals. Wir nehmen hier noch eins rein. Und dann ist es auch schon wieder zu Ende mit unseren Lichtern. Aber ich habe jetzt hier noch Focken. Die setze ich jetzt hier einfach mal. Und wir hier nicht ständig irgendwelche Explosionen in unserem Haus haben. Boah. Wie mich das... Wie mich das... ...nervt. Hier genau. Das verdammte Skelett muss ich jetzt auch... Alter, jetzt hätte ich gemeint, der ist schon wieder explodiert. So. Hier hinten auf alle Fälle noch... Hier. Einfach alles voll glatschen mit Fackeln. Sie sind nichts mehr spawnt. Oh, hier haben wir die Türen auch vergessen. Also brauchen wir hier auch nochmal zwei Druckplatten und zwei Türen. Jetzt wird die Folge hier wieder sehr produktiv. Schön haben wir unser Haus hier mal noch mit Focken. So. Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt holen wir uns gerade mal... Was wollte ich jetzt tun? Wollte ich noch schnell bauen? Okay. Mit diesem Holz baue ich jetzt keine Türen. Wir brauchen, glaube ich, drei Türen noch. Und noch... ...drei Druckplatten. Ich glaube schon. Schauen wir mal schnell. Jetzt habe ich vier Druckplatten. Und Jungle Wood bräuchten wir auch noch. Haben wir da noch was? Ja, haben wir noch. Gut, dann reparieren wir schnell das Haus noch. Das war jetzt wirklich eine richtig geile Folge. Jungle Wood brauchen wir hier noch. Okay, hier müssen wir auch nochmal... So, ich habe keinen Mabel mehr dabei. Sorry, Leute, für diese Folge. Also, ich habe mir die anders vorgestellt. Aber, man kann nicht alles haben. Mach mal. Läuft es halt nicht so, wie man das gerne hätte. Äh, Glas. Mach mal von drinnen. Muss ich nicht durch die Tür. So, gut, soweit. Hier passt wieder alles. Ist vielleicht noch ein bisschen dunkel. Ich hoffe, dass wir die Focke hier nicht bräuchten. Ja, brauchen. Zack. Wir sehen, was essen wir zwischendurch. Setzen wir um jetzt noch schnell die zwei Töne und die Druckplatten. Und dann, was wollte ich dann noch machen? Die Küche wollte ich, glaube ich, noch machen. Genau. Die Küche wollte ich noch machen. Jetzt muss ich nur erst mal den Mod wiederfinden. Ähm. Wie hat der Mod geheißen? Ähm. Nee, sollte nicht geheißen. Ähm. Ähm. Oh, das ist jetzt blöd. Table. Ich gebe mal einfach Table ein. Ah, hier ist er. Ah, hier haben wir den ganzen Mod, genau. Damit richten wir uns ein bisschen in die Küche ein. So, sind das hier so Hängeschränke. Brauchen wir einfach Holz und eine Chest. Brauchen wir ein paar davon. So. 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 Machen wir uns erst mal ein paar Chests. Fünf, glaube ich, sollten da reichen. Es wird schon wieder Nacht. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Hallo, es ist doch Nacht. Dann bauen wir uns noch einen Tisch. Brauchen wir einen mehr? Okay, mit Sankura geht das nicht. Optimal. Jetzt habe ich nur noch Sankura Holz. Darf ich gleich nochmal vorm gehen? Oder habe ich hier irgendwo noch Holz? Ach, hier haben wir noch ein bisschen Holz. So, dann brauchen wir noch einen Tisch. Den hier brauchen wir. Da brauchen wir vier Alt-Kloster. Okay, den können wir jetzt gerade noch nicht machen. Ein Ofen. Alt-Test, ja. Was kostet denn der PC? Was ist denn der PC? Das ist nicht der PC. Das ist der PC. Okay, der ist fast genauso teuer. Stuhl brauchen wir auf jeden Fall noch. Können wir uns noch welche machen? Nicht nur ein Stück. Ich würde mal sagen, vier Stück. Ich würde einfach mal sagen, wir packen jetzt das mal hier rein. Schauen wir uns das Ganze an. So, ich hatte schon, ich hätte eines platziert. Ähm, so. Genau, hier hatte ich normal noch einen. Und hier hinten auch mal so eine... Ach, jetzt habe ich die falschen Tische gemacht. Das sind ja Kaffeetische. Ich wollte doch einen richtigen Tisch. Ah, hier ist der richtige Tisch. Okay, dann müssen wir uns dann auch noch machen. Stellen wir die Stühle noch dazu. Brauchen wir noch einen Stuhl und sechs Tische brauchen wir. Jetzt nehme ich hier mal gerade mal das Holz. Hier dann den Ofen hin. Hier so ein Ding rein. Hier. Hier den Kühlschrank. Was kostet uns denn der Kühlschrank? Ach, der ist auch nicht billiger. Man braucht mal für den Kühlschrank einen Ofen. Okay, also wir werden jetzt nicht fertig eigentlich. Ich werde jetzt einen Tisch noch bauen. Beziehungsweise die sechs Tische. So, Tische hätten wir noch mal und noch einen Stuhl. Vier Tische können wir vielleicht oben irgendwie verwenden als einen Achttisch oder so. Lassen wir mal schauen. So, und hier noch einen Stuhl dran. Kann man sich eigentlich auf die Stühle setzen? Den Ofen können wir noch nicht machen. Der kommt dann quasi weg, weil da kommt der Dunstabzug hin. Kommt hier hin. Noch mal so eine Ablage. Ähm, wir könnten es noch... Was könnten wir uns noch machen? Wir könnten es jetzt nicht drinnen machen. Der Oma ist zu teuer. Der Kühlschrank ist zu teuer. Da haben wir kein Gelostan. Wir könnten uns noch so einen... Ich weiß nicht, wie es heißt. Oh, Wasser drin ist. Quasi eine Spüle. Aber es ist halt nicht wirklich eine Spüle. So ein Kessel, genau. Kessel heißt er. Haben wir irgendwo Eisen? Okay, hier ist ein Block drin. So, dann bauen wir jetzt das noch. Und dann würde ich auch schon sagen, was das wieder wird. Diesen Part heute. Haben wir noch Wasser, Wasser, Wasser. Also einen Eimer würde auch schon reichen. So einen finden würden. Ah, hier haben wir einen Eimer. Okay, dann nehmen wir uns jetzt noch schnell Wasser mit. Dann gehen wir rein. Stellen das noch auf. Und dann war es das auch schon wieder. Die Cypher geht immer so schnell, wenn man hier ein Let's Play aufnimmt. Man kommt immer zu nichts. So. Das sieht momentan jetzt noch ein bisschen blöd aus. Ich werde das Samtnell, werde ich mal mit den Teilen machen. Dann seht ihr das, wie die Küche dann aussehen soll. Genau, und ansonsten sage ich danke. Hier kann man übrigens auch reindrücken. Und ich muss reinlegen. Genau, und ansonsten würde ich einfach sagen, wie lockt man sich jetzt hier mal vor der Küche aus. Und ja, ich sage soweit danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part. Tschö. Tschö. Tschö.